Die Wurzeln Abstergo ist hier! Da ist er wieder mein Start! Nein! Leyla! Sag deinem was, ich bin bereit. Otzerberg soll selbst kommen und mich holen, wenn er kein Feigling ist. Was ist bloß in dich gefahren? Sie wollten uns töten. Selbst Alithia hat die Flucht angetreten. Es gab keinen Grund, sie abzuschlachten. Ist alles in Ordnung da unten? Klingt, als gäbe es Ärger. Alles gut, Elena. In nächster Zeit dürfte es ruhiger werden. Diese Erinnerungssequenz des Animus ist so gut wie hinüber. Lass mich raten, das ist passiert, als du mich herausgerissen hast. Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich hatte keine Wahl. Vorwürfe reparieren diesen Computer auch nicht. Die Erinnerungsfalls überschreiben sich. Ich brauche Zeit, um sie zu entwirren. Weißt du was? Ich brauche ein bisschen Zeit für mich. Bis Alithia zurückkommt, verbringe ich etwas Zeit im Gerichtland. So, diese glühenden Augen deuten auf die nächste Episode des DLC. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das in Elysion ist. Oder ob das in Elysion spielt. Palletios Elysion ist abgeschlossen. Okay, hier gibt es also nichts mehr zu tun. Ich habe es mir gedacht. Gut, da haben wir jetzt nichts erreichendes abgestaubt. Das scheint ja mal ein fieses Teil zu sein. Das hat man schon lange nicht mehr. Na gut. Dann machen wir wieder den Verschwindikuss. Halt, ist ein Schritt zu weit gegangen. Wie gesagt, diese glühenden Augen deuten ganz stark auf die nächste Episode hin. Ich gucke jetzt bloß mal, ob wir irgendwo ein neues Questzeichen dazu bekommen haben. Versteiner der Tempel. Nicht wirklich. Habe ich doch. Finde und töte Argus. Habe ich doch. Habe ich doch. Funden und getötet. Jetzt können wir bloß mal gucken. 구슬 Okay leisige. Wie soll ich das geschecken haben? Nö. Amma nicht. Hm. Oh, my God. 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 Oh, my God.